Ich wollte schon immer Ballon fahren. Das stelle ich mir ganz toll vor, mit so einem Ballon mal über Braunschweig zu schweben. Du konntest sehr berühren. Ich hatte Heimweh. Man kommt hier nach Braunschweig rein und man kann durchatmen. Hammer. Ich bewundere, wie ihr das alles zusammengefügt habt, diese Puzzleteile. Als Ossi wolltest du endlich mal was haben. Das, was ich gelernt hatte, renovieren. Genau, wolltest du auswählen. Dieses Persönliche der einzelnen Figuren, das hat mir ganz gut gefallen. Beim normalen Angeln bewegt sich der Fisch. Gut, fein. Du kribbelst auch richtig in den Eiern und dann schlimmst du auch richtig sexy. Weil es die langweiligste Stadt der Welt irgendwie war oder Deutschland. Und ich muss sagen, der Film hat mir heute Facetten gezeigt, die das durchaus behoben haben. Das mag posierlich aussehen, Herr Pastor, sagte der Amtmann Baumann zu dem geistlichen Herrn, der mit dem anderen Zeitungsblatt in der Hand ihm gegenüber sagt. Es ist kein Glamour, es ist gemütlich, es ist angenehm, es ist sympathisch und von daher gut. Und ich konnte plötzlich nicht mehr kennen, weil Journalisten geschrieben haben, was sie wollten. Und das stimmt oder nicht. Ich habe viel über Knoblauchpizza erfahren und über das Kleingartenleben und dass der Spiegel manchmal dumme Sorgen schreibt. Fand ich auch gut.